So, das war er und jetzt würde ich ja gerne speichern. Quick Save wäre super, aber offenbar... Ah, warte mal. Warum habe ich das denn schon wieder nicht gesehen eigentlich? Hallo? Bämms! So, die piept fröhlich vor sich hin. Ich verpiss mich hier mal. Und jetzt ist natürlich nur die Frage, wo muss das zweite Ding hin? Können wir das hier vielleicht mit der Duke-Vision irgendwo schon anpeilen? Oh, 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 oh. Oh, Luft, Luft, ich brauche Luft. Okay, also eine haben wir platziert. Jetzt ist die Frage, wo kommt die zweite hin? Die Schrotflinte lasse ich da einfach mal. Oh, ach, kommen die einfach mal mit? Was soll's? Na? Das Praktische ist, wir haben den Bombentimer genau so eingestellt, dass er sich mit dem zweiten Timer überlappen wird. Da gehe ich mal einfach von aus. Da ist ja noch ein Ventil. Ach, das konnte man vorhin aber nicht drehen, ne? Fällt mir da gerade ein. So, hier verschwindet jetzt bestimmt das Wasser. Na klar, und jetzt pees es da hinten raus. Scheiße. Kacke. Boah, ihr alten Mistviecher. Vor allen Dingen sieht man die jetzt auch nicht. Ach, Mensch, das darf doch nicht wahr sein. Ich bin wirklich sauer. Ey, ich hoffe, wir müssen jetzt nicht wieder ganz von vorne anfangen. Sonst kriege ich ja auch gleich eine Sprengung des Dams. So, episch. Lass uns drücken und jetzt mal gucken. Ach, zum Glück können wir hier... Na, komm schon. Halt still, du scheiß Vieh. So, du kriegst auch voll auf die Mütze hier. So, Mistviech. Äh, jetzt ist natürlich die Frage... Die Frage ist jetzt... Ähm, 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 wo weiter... Da geht das Rohr entlang. Ach, hier ist so ein Duke-Bein, das da so rumwabbelt. Da liegt eine billige Knarre rum. Was ist denn das hier unten? Ach, Mensch, ein Sonntagsfahrer, der hier bei seinem Wagen hängt. Hallo, Herr Sonntagsfahrer, guten Tag. Aber ich glaube, das ist nicht unser Ziel. Was ist denn das da oben? Ja, 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 ja. Jetzt hier Frühstück kommen. Schön tief durchatmen. Ach, das ist ne blöde Lampe. Scheiße. Müssen jetzt hin? Hallo, ach da Was macht denn die Maus eigentlich hier? Ich sehe den Mauspfeil gerade hier Was? Ja, also wenn ihr den Mauspfeil seht Es tut mir leid, ich habe keine Ahnung, wie der da jetzt hinkommt Der sollte einfach da nicht sein Aber vielleicht seht ihr den gar nicht bei der Frapsaufnahme Und ich muss mal gucken Da ist Luft Luft und da hinten ein Lichtlein Sah ein Knab ein Lichtlein stehen Haben wir hier noch? Nee, aber nicht, dann folge ich mal Der Duke folgt dem Rohr Normalerweise folgt man dem Duke Seinem Rohr, aber Heute ausnahmsweise Mal umgekehrt Guten Tag, aus dem Weg Ich bin hier der Inspektor So, hat der super funktioniert Au So Haben wir es jetzt Ah, die Muni wird knapp Da müssen wir wohl mit der Schrotknarre ran Das ist aber blöd So Einmal Luft holen Und weiter geht's Mann, hier muss doch gleich der andere Fuß des Dams kommen Das kann doch nicht so lange dauern Da hinten Gleich gibt's lecker Dammbruch Na, jetzt hier Die knifflige Scheiße dabei ist ja Dass wir gar nicht zurück können Keine Viecher? Wir können immer nur Oh nein Oh nein Oh nein Waffenkasten Großes Areal Oh nein Bitte Nicht Und eine neue Knarre Eine RPG Wie ich das sehe Das wird der beste Kampf ever Wenn wir hier unter Wasser gegen irgendein Viech kämpfen müssen Und dauernd Luft holen Und noch einen Waffenkasten Weniger Quatschen Mehr Waffenkasten holen Na ja Dann drückt mir mal das Däumchen Muss schnell dahin Und hier anbringen Und Bämst Au Ja Jetzt hier Hol dir deine Frischluft Ich kann gar nicht richtig ausweichen Hilfe Na los Au 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 Ja Ja Muss hier Aua Energieegel Du alter Schwanzlurch Dir hau ich in die Eier Oder du mir Muss Ego auftanken Und muss Luft anhalten Au Jetzt sei doch nicht so unwirsch Du alter Zausel Scheiße Oh komm schon Lass den Duke nicht so hängen Hua Na los Mach der hier das Maul auf Hua Oh scheiße Papa braucht Luft Nein komm schon Zermansch mich doch nicht Wie eine Kakerlaha Aua Ja Da kriegt das Dukelein Auf die Mütze Das wird ja heiter Komm schon Leertaste drücken Und Ach Mensch Wie angenehm Bam Da geht er nieder Und wir holen uns hier gleich nochmal ein bisschen Suppe aus dem Kasten Hua Weiche du Egel Du Egelhafter Ich hoffe er zermanscht mich jetzt nicht Gut Oh Pipe Bombs sind übrigens auch eine gute Idee Ich hab nur vergessen wie man die wirft Weil ich die Steuerung schon wieder nicht mehr weiß Hua Das ist ein sehr günstiger Moment für sowas Ey Bleib mal gefälligst am Start So Jetzt nochmal schnell hier auftanken Na los In die Fresse Und wieder auftanken Na los Der Energie Egel ist doch bald down Au 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 Doch nicht auf mich Ich bin hier der Gute Na los Nein Oh fuck Du bist echt der mega Abfuck Junge Na los Lass mich dich füttern Schnell hin Schnell hin Schnell hin Schnell hin Und Jetzt reiß ich dir den Arsch auf Und Bams Du ekelhafter Schwanzlurch Mach den Duke nicht böse Oh mein Maximal Ego Da fliegt es dahin Zurecht Möchte ich sagen So nachdem wir den alten Bongo Jones hier besiegt haben Uah Da muss ich ja durch Egelpisse tauchen Und den ganzen Scheiß noch einatmen Widerlich Ich will doch nur unsere Babes retten Und mir einen schönen Abend machen Vor Marienhof So Was das hier Hallo 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 Hallöchen Gut Das hat ja nicht so gut geklappt Ähm Die Frage ist jetzt aber Was Du da Ähm Jaja Ah Suppenende Hallo Hallo Lass mal den Duke raus Puh Die Sprengung des Dams Teil 2 Als hätte Teil 1 nicht gereicht Du musst noch ein Teil 2 hinterher Und wir dürfen gespannt sein Was uns nun erwartet Ich werde in freudiger Wartung Die Leertaste drücken Und das ist einfach Episch So hier ist alles dicht Na ja dann können wir ja mal Aha Tja beruhigend Gleich ist hier Feierabend Da sagste was Duky alter Freund Ach du Scheiße ach du Heilige Popeilige Bähäähähähähähähähähähähähähähähähähähähähähähähähähähähähähähähähähähähähähähähähähähähähähähähähähähähähähähähähähähähähähähähähähähähähähähähähähähähähähähähähähähähähähähähähähähähähähähähähähähähähähähähähähähähähähähähähähähähähähähähähähähähähähähähähähähähähähähähähähähähähähähähähähähähähähähähähähähähähähähähähähähähähähähähähähähähähähähähähähähähähähähähähähähähähähähähähähähähähähähähähähähähähähähähähähähähähähähähähähähäh Stuhren, schnell nachladen. So, weh, hier hängen jetzt noch Alien-Huren-Söhne rum. Hab ich's nicht gedacht, äh, gesagt. Gedacht, gesagt, beides eigentlich. Tja, Mensch, das ist ja jetzt, also, da ist ja jetzt auch, das hätte man kommen sehen müssen, dass man einfach so stirbt. Ja. Bin ich wahrscheinlich wieder bei meiner eigenen Schnürsenkel gestolpert und hab mir die Sonnenbrille kaputt gemacht. Das geht natürlich nicht, da hat Duke Auer. So, jetzt leck mich doch am Arsch mit deiner Scheiße hier. So, jetzt leck mich doch am Arsch mit der Scheiße hier. So, jetzt leck mich doch am Arsch mit der Scheiße hier. So, jetzt leck mich doch am Arsch mit der Scheiße hier. So, jetzt leck mich doch am Arsch mit der Scheiße hier. So, jetzt leck mich doch am Arsch mit der Scheiße hier.